Was ist ein McGuffin? Das ist ein Begriff, der sich im Filmbereich eingebürgert hat für etwas, das die Handlung eines Films in Schwung bringt, ohne tatsächlich wirklich wichtig zu sein. Das Wort geht auf Hitchcock zurück und ein McGuffin ist ganz oft den Film zum Beispiel sowas wie eine Geheimformel in einem Agentenfilm, hinter der alle her sind, die alle unbedingt haben wollen oder vielleicht ein Koffer, der... Eigentlich ist es unwichtig, was im Koffer drin ist, wie zum Beispiel in Pulp Fiction. Es ist völlig unwichtig, was drin ist, aber alle sind hinter diesem einen Ding her und wollen es unbedingt haben. Darum dreht sich, darum bewegt sich alles. Das ist der McGuffin und erfunden hat das Wort angeblich Herr Hitchcock.